Der sitzt gerade neben mir. Ja, wir genießen gerade die Sonne. Ja, sag ich ihm. Okay, ist ja geil. Gut, okay, bis dann. Tschüss. War gerade Hütenbäcker. Achso, und was wollte er? Zeulenroder steht. Hey, ist ja geil. Ja, das ist eine Seebühne. Eine Seebühne? Ja. Ist mir völlig neu, dass in Zeulenroder eine See ist. Ja, ist doch kein Floß. Es ist nur am Wasser, so ungefähr wie hier. Achso, ungefähr wie hier. Ja. Also 5. August schon? Ja. Aber da müssen wir ja los. Hast recht.